Servus Aminen, ich bin heute an meinem Lieblingsort zum Gassigehen mit meinem Hund Maxi und ja, vielleicht könnt ihr erraten, wo ich bin. Es gibt schon einige Hundewiesen, die absolut top sind, wo man sich super mit den Hunden aufhalten kann. Die meisten Hundebesitzer haben ihre Hunde auch top erzogen, dass es da nie Stress gibt und so. Das ist ja auch wichtig. Ja, klasse! Der ist auch eine französische Bulldog. Der Hund gibt ja schon auch extreme Geborgenheit, wenn er mit dir dann kuschelt. Ist schon extrem schön, vor allem er ist mega verkuschelt. Ja, das finde ich einfach super, wenn die auch mit anderen Hunden spielen können, rumteufeln. Grünanlagen wie hier sind halt absolut top. Die Uni Schiff aus dem Geschenkel Die Uni schiften Die Uni schiften Die Uni schiften Die Uni schiften Die Uni schiften